Der Burscher hat hier eigentlich alles in der Hand, aber Matthias Körnblum, der ist verdammt schnell unterwegs und verdammt giftig. Ich bin gespannt, aber Tobi Bursch der Welt findet sich im Moment absolut im Rennmodus. Er ist unter der Woche in England gefahren, geht auch nächste Woche wieder in England an den Start. Also, der ist voll im Dach und der will es hier wissen, definitiv. Tja, und ein Lautsieg hat er ja schon auf dem Konto. Wer weiß, was er jetzt von der Ingenbahn hier präsentiert. Ein Jahr und wir verbleiben noch bis zum Start. One minute remaining for the Riders in Heat number 12. Und die Sieben, Adam Skowalski, das ist der Erstfahrendsinn dieser Truppe. Der wird mit dem Gelben Hill von ganz außen versuchen, die ganzen Leute zusammenzuschieben um hier gleich in der ersten Kurve eine gute Ausgangsposition für einen Laufsieg zu finden. Das wird ein mit Traumatik gestichter Lauf, da bin ich ganz sicher. Derzeit nicht mehr, einer hat. Nein, muss ich ganz sicher. Wir müssen uns irgendwie anlegen. Und dann, das war es hier, hier, mich, das war's, 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 war's. Und der Schein geht jetzt nicht weiter weiter. Der Schein geht jetzt nicht weiter weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017